Bist du vielleicht Lehrer, hast viel zu korrigieren und schon längst den Überblick über deinen Korrekturstapel verloren? Dann kann ich dir vielleicht helfen. Wenn du wissen willst, wie man locker den Überblick behält, dann zieh dir dieses Video an. Es geht heute um Schulaufgaben mit Kanban verwalten, ohne viel Schreibkram. Wenn dir das Video gefällt oder du weitere Benachrichtigungen über ähnliche Videos von mir bekommen willst, dann lass bitte ein Like und Subscribe da. Ein Kanban ist besser als ein Task-Manager oder Termin-Manager. Aber was ist ein Kanban genau und was bringt es mir, vor allem als geplagtem Lehrer, der ohnehin schon genug Stress in der Schule hat, genug Schreibkram an der Backe hat? Kann dies eine Arbeitserleichterung sein oder ist es nur unnötiger Schnickschnack? Das ist so die einfache Variante eines Kanbans. Es hat drei Spalten. In der ersten Spalte steht To-Do, in der zweiten In-Progress, in der dritten Dann. To-Do bedeutet also so viel wie Aufgaben, die noch zu erledigen sind. In-Progress bedeutet in Arbeit und dann bedeutet erledigt. Man nimmt jetzt also seinen chaotischen Zettel und klebt sie jetzt hier in die einzelnen Spalten. Man schreibt auf einen solchen Zettel einfach seine Aufgabe, die man zu erledigen hat. Und wenn man diese Aufgabe dann bearbeitet, schiebt man sie in die Spalte In-Progress. Wenn man sie fertig bearbeitet hat, wandert sie in die Spalte dann. Der Vorteil davon ist, man weiß jederzeit, wie viel Arbeit man geplant hat, wie viel Arbeit man gerade bearbeitet und welche Aufgaben man erledigt hat. Das ist wie gesagt die einfache Form eines Kanbans. Drei Spalten. Es geht auch mit vier Spalten. Für Ideenmanagement, ich habe eine Idee, ich überlege mir eine Aufgabe für diese Idee. Doing bedeutet hier eben, ich bearbeite das Ganze und dann erledigt. Das Ganze geht auch, wenn man Geschichten schreiben will, hier mit fünf Spalten. Es geht auch mit sechs Spalten. Und wie man hier sehen kann, können auch gleichzeitig verschiedene Menschen an einem Kanban arbeiten. Ja, eine ganz tolle Sache. Ich habe hier jederzeit die Sachen im Griff, die bearbeitet werden. Wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, könnte man auch sehen, wer hier welche Aufgaben gerade im Griff hat. Aber hier geht es jetzt nicht darum, kollaborativ zu arbeiten, sondern darum, wie schaffe ich es als einzelner Lehrer, den Überblick über meine schriftlichen Leistungsnachweise zu behalten. Ich möchte ja jetzt nicht irgendwie im Chaos versinken. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, als mir zu merken, wann ich welche Schulaufgabe fertig korrigiert habe. Daher wäre es ganz gut, wenn man da sich eine kleine Erleichterung verschafft. Es gibt verschiedene Arten von Softwarelösungen, mit denen ich ein Kanban realisieren kann. Es gibt das relativ bekannte Tarello, eine reine Online-Anwendung, die im Browser läuft. Dafür muss ich mich dann auch registrieren. MeisterTask möchte ich auch erwähnen. Den habe ich zeitweise auch benutzt. Der kostenlose Zugang ist schon sehr, sehr leistungsfähig. Ich habe auch mal die Bezahlvariante ausprobiert. Hier sieht man eine Variante einer sehr beeindruckenden Software. Es handelt sich um Obsidian. Obsidian ist eine Markdown-orientierte Software, aber die hat inzwischen auch einen YCVIC-Modus. Und unter anderem ist Obsidian sehr bemerkenswert, weil es ein ausgefeiltes Plug-in-System beinhaltet. Also die Community, die sehr rege, aktiv ist, die kann jederzeit Erweiterungen programmieren. Und eine dieser Erweiterungen, die es hier gibt, ist jetzt hier ein sogenanntes Kanban-Plug-in. Mit diesem Kanban-Plug-in kann man also hier auch in Obsidian im YCVIC-Modus mit verschiedenen Kärtchen arbeiten. Das hier ist etwas komplexeres. Ich habe versucht, so ein Kanban selber zu bauen mit der Software TitliWiki. Wer TitliWiki nicht kennt, TitliWiki ist im Prinzip in seiner einfachen Variante eine HTML-Datei, die HTML enthält und JavaScript. Und diese eine HTML-Datei ist eine sehr beeindruckende Datenbankanwendung, in der man alles Mögliche ablegen und auch wiederfinden kann. Und man kann das Ganze auch programmieren. Es ist eine schlanke Datei, die ich hin und her kopieren kann, wie ich möchte. Der große Nachteil ist, ich muss mir eine Lösung einbauen, installieren, mit der ich diese Datei dann auch sauber abspeichern kann, weil die meisten Browser wie Firefox, Chrome usw. aus Sicherheitsgründen von Haus aus keine Änderungen in JavaScript-HTML-Dateien mehr abspeichern. Dafür braucht man also Plugins oder andere Möglichkeiten und Lösungen. Das macht das Ganze dann wieder etwas kompliziert. TitliWiki hat auch den Nachteil, es ist eine Datei in dieser Form, wenn in dieser Datei ein Fehler abgespeichert wird, der es vielleicht unmöglich macht, diese Datei wieder zu öffnen. Also wenn ich die Datei zum Beispiel übers Netzverwalter öffne, dann ist eben alles Futsch, Daten und Programmierumgebung. Das ist so der große Nachteil. Ich erkläre jetzt also, wie man mit diesem Microsoft Planner seine schriftlichen Leistungsnachweise verwalten kann. Wir sehen hier die Werbeseite von Microsoft, das ist der Microsoft Planner. Da sind hier ein paar Screenshots davon. Also so ungefähr könnte es aussehen. Ich gehe jetzt in meinen eigenen Planner-Zugang und zu Demo-Zwecken erstelle ich jetzt einen neuen Plan. Mit dem Pluszeichen neuer Plan und nenne das jetzt einfach mal Demo-Leistungsnachweise. So, jetzt sehen wir das Fensterlein, ihr Plan wird erstellt und wir sehen einen neuen leeren Plan. Die Spalten heißen im Planner Buckets. Ich erstelle jetzt mal den Bucket mit Leistungsnachweisen. Das ist jetzt meine erste Spalte. Dann mache ich eine zweite Spalte. Also, wie man hier sieht, ich bin gerade inkonsequent. Es macht am meisten Sinn, wenn man als Spalte Namen Verben verwendet. Ja, hier zum Beispiel Plane. Denn ich verwalte hier das, was ich tue, die Prozesse. Die erste Spalte war jetzt hier automatisch Aufgabe. Sollte es so eigentlich nicht sein. Ich kann die Buckets auch umswitchen, hin und her schieben. So macht es mehr Sinn. Ich plane, ich korrigiere, was mache ich dann? Als normaler Lehrer, ich habe korrigiert, dann gebe ich es wieder raus. Ich zeige es also den Schülern. Wenn die Schüler alles gesehen haben, dann lege ich die Schulaufgaben ab. Je nachdem, wie es an der Schule organisiert ist, kommen die ins Sekretariat, ins Archiv, wie auch immer. Als letzte Spalte dann kann man hinschreiben, erledigt, Archiv. Je nachdem, das ist Geschmackssache. Also, das sind unsere Spalten, die wir brauchen. Also, in meinem System sind das fünf Spalten. So, und jetzt kommt das Interessante. Gehen wir mal davon aus, ich schreibe eine Schulaufgabe. Ich schreibe immer gern das Schuljahr dazu. Wir haben 2021, 2022. Es handelt sich jetzt hier um die erste Deutschschulaufgabe in einer bestimmten Klasse. Sagen wir mal, ich erfinde jetzt eine 10b. Erste Deutschschulaufgabe 10b. Und das Datum weiß ich noch nicht so genau. Ja, deswegen schreibe ich das jetzt so. Ich weiß jetzt meinetwegen, also ich habe jetzt in dem Schuljahr die 10b. Da muss ich eine erste Deutschschulaufgabe schreiben. Kann sein, dass ich dann vielleicht noch eine zweite schreiben muss. Oder ich muss in einer Parallelklasse auch noch eine schreiben. Ich habe auch noch die 10a. Dann habe ich jetzt hier auch noch eine zweite Klasse. Da ich Deutschgeschichtslehrer bin, habe ich vielleicht auch noch eine Kurzarbeit in Geschichte zu schreiben. Das haben wir mal erste Geschichtskurzarbeit in der 11a. Das sind wie gesagt alles Beispiele. Diese Klassen unterrichte ich nicht wirklich. Und die Klassen heißen an meiner Schule, an der ich unterrichte, auch ganz, ganz anders. Wenn ich jetzt weiß, ich schreibe die Schulaufgabe zu einem bestimmten Termin, ja, dann kann ich natürlich das Datum hinschreiben. Also was heißt, ich kann, ich muss dann natürlich das Datum hinschreiben, sonst ergibt das System ja keinen Sinn. Ich nehme jetzt einfach mal irgendein Datum, schreibe jetzt am 12.02. die erste Schulaufgabe in der 10b. Dann plane ich die hier in der 10a. Die schreibe ich dann, wenn es mir nicht gelingt, sie parallel zu schreiben, schreibe ich sie vielleicht jetzt mal im März. Egal, es geht hier um das Prinzip. Die würde ich jetzt mal für den 11. März ansetzen. Ich habe dann das Datum für Geschichte, schreibe ich jetzt dann noch im Januar, gehe ich auf den 20. Januar. Also ich habe mir angewöhnt, immer das Schuljahr wirklich direkt anzugeben, aber man könnte da natürlich dann auch nur ein normales Datum hinschreiben. Ja, aber man muss es sich nicht unnötig kompliziert machen. In dem Fall hat jede Schulaufgabe, jede Kurzarbeit ein Datum. Und das Schuljahr ist eigentlich klar, in dem es stattfindet. Also gleich die Vereinfachung. Ich habe jetzt meine Schulaufgaben Kurzarbeiten geplant. Das soll jetzt mal reichen hier für das Beispiel. Dann weiß ich, wann sie stattfindet und sobald sie dann stattgefunden hat, also wenn der 12.2. gekommen ist, Schulaufgabe hat stattgefunden, dann kommt die Schulaufgabe in den Korrekturstapel. Selbe Prinzip mit der anderen Deutschschulaufgabe. Wenn der 11.3. da war, kommt die da rein. Und ich sehe dann so, ich habe jetzt einen Stapel und kann den der Reihe nach abarbeiten. Jetzt kommt es natürlich vor, dass vielleicht dann nicht alle Schüler mitgeschrieben haben. Ich muss noch die Nachschreiber hier dann entsprechend versorgen. Könnte ich jetzt hier schreiben. Oh, ich habe Nachschreiber und kann die entsprechend dann auch verwalten. Luke Skywalker hat gefehlt. Und Hans Holo, die würde man hier auch sehen. Ja, ich wüsste dann also, wenn ich das jetzt hier so drin habe, okay, ich habe jetzt die Schulaufgabe und korrigiere die, aber leider habe ich noch zwei Nachschreiber. Jetzt kann ich mir natürlich überlegen, korrigiere ich die jetzt oder warte ich, bis die zwei Nachschreiber wieder da sind. Dann kann ich sie wieder in die Planungsspalte schieben. Dann sehe ich, da ist noch was. Ich könnte jetzt auch eine zweite Karte anlegen und draufschreiben, Nachschreiber für Klasse so und so und kann dann die Nachschreiber hin und her schieben. Ja, also da war ich jetzt aber ein bisschen schreibfaul, muss ich sagen. Ich lasse das dann so stehen in der Korrigiere-Spalte. Und wenn die Nachschreiber dann bekannt sind oder verarztet sind, dann schreibe ich dann hier dann das Datum rein, an dem die nachschreiben. Dann sehe ich, die Nachschreiber haben ein Datum. Wenn ich möchte, schreibe ich noch mit hinzu, dass ich die fristgerecht geladen habe, dass die Bescheid wissen. Ich habe die verständigt. Ich kann es auch dann wieder zurückschieben zur Plane. Also das kann jeder nach seinen eigenen Vorlieben gestalten. Jedenfalls, wenn die Sache dann soweit geklappt hat. Ich habe die alle korrigiert, auch die Nachschreiber. Dann kann ich es da rüberschieben, gebe raus. Und ich weiß dann, wenn hier entsprechend viele Sachen drin sind. Die und die Schulaufgaben sind fertig, die gebe ich raus. Kann ich jederzeit nachschauen. Ich sehe auch, welche Schulaufgaben ich jetzt noch zu korrigieren habe. Das können ja entsprechend viele sein, je nachdem, was halt so anliegt. Und wenn ich jetzt hier alle reinschreibe, die ich zu veranstalten habe, dann habe ich dann auch einen Überblick und weiß dann, wie viele Schulaufgaben hier drin sind. Ich kann jetzt also die Schulaufgaben, wenn ich die korrigiert habe, auf die Herausgabespalte legen und weiß dann, okay, alle Schüler haben es gesehen. Irgendwann, ich lege das jetzt ab. Manchmal muss man, bevor man es komplett ablegt, vielleicht noch das ein oder andere korrigieren. Schüler feilschen manchmal oder entdecken vielleicht auch mal einen Punkt, den sie noch kriegen. Dann ändert man vielleicht mal noch eine Note. Daher extra Spalte zum Ablegen. Und wenn ich das dann soweit fertig habe, kann ich dann die Schulaufgabe in der Schule für die Respetienz abgeben. Wenn ich das gemacht habe, kommt es hier zu erledigen. Das Ganze mag jetzt nicht besonders spektakulär wirken. Aber im Alltag muss ich sagen, ist es, wenn man besonders viel zu korrigieren hat, schon eine sehr, sehr deutliche Hilfe. Und es ist auch immer wieder befriedigend, wenn man dann also wirklich dann diese Spalte erreicht hat und dann seine Arbeiten hier ablegen, abhaken kann. Also der Nutzen ist auf jeden Fall da. Wenn ihr möchtet, dass ich noch ein Video zur Umsetzung einer Schulaufgabenverwaltung mit einer Offline-Software hier hineinstelle, zum Beispiel mit TitliWiki, erkläre, was ich mit TitliWiki gemacht habe oder wie das mit Obsidian funktioniert, wenn ich da ein Kanban anlege, dann poste das ruhig in die Comments. Wenn ich sehe, jemand hat ein Interesse oder ein Bedürfnis, dann habe ich dann schon Lust, dann noch ein weiteres Video zu machen. Aber es wäre natürlich hilfreich, wenn man das einfach mal erfahren könnte. Bis dahin macht es gut. Tschüss.